Und damit erstmal ein riesengroßes Herzlich Willkommen zu Let's Play Omnicide, ein Mod für Battlefield 2, es ist ein Zombie Survival Game Mod Und ja, ich wünsche es gerne mal Let's Playen und dieses Spiel macht richtig Fun, ich habe es schon selber getestet Und ja, es gibt einen Koop-Modus, aber der ist leider nicht mehr on Also den gibt es nicht mehr, aber ist jetzt egal und ja, wir spielen es auf hart Und wir spielen unser zuerstes Survival Game im dunklen Wald, Dark Forest Und dann wollen wir mal starten So You will die, never die, I'm die, never Heißt du so? Keine Ahnung So, wollen wir mal gucken Wie lange wir überleben Ich kauf mal so ungefähr so 20 Tage Das werden wir locker überleben Da werde ich schon mit meiner Aufnahme auf 30.000 Terabit kommen So, dann wollen wir mal gucken Giant Game Support Dieses Spiel kann man auch zu 2, zu 4, zu 16 spielen Ich habe aber momentan keine Ähm, ich also, ich kenne jetzt momentan keine mehr, äh, die mit mir das spielen wollen So, hier sind wir in der Game So, wo sind die Feinde, hä? Wo seid ihr? Ihr schwulen Zombies Oh, Zombie, da kommen die ersten Zombies Scheiße Na, wo seid ihr? Komm, die kommen jetzt nicht da Oh, da sehe ich jemand Oh Oh, fuck Die Snap-Up Kacke Oh, die ist so besser Ja 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 Mal, triff doch mal Jetzt wirst du dich hier Oh Ach, die ist doch gar nicht nützlich Ist hier keine andere Oh 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 Was haben wir denn hier für eine Waffe? Da steht kein Name drauf Wow Geh mal aus dem Weg, du Arsch So, nachladen Da kommen sie alle angeschissen, ey Nachladen Ah, hier Reloading Redshot 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 Muss bewegen, oh bleiben Ah, da Okay Gibt's da irgendwelche andere Waffen noch? Na, was haben wir denn hier? Shotgun G3 Die MP5 Die Skar haben wir mich mal Ja Die Animation ist ziemlich geil Zum Beispiel wenn er rennt Sieht richtig geil aus Boah Nachladen Die ist mir zu schwach Wenn ich mal wieder die oder Ich bin einfach mal eine Shotgun Ja, die hier Oh, die hat eine viel bessere Animation Und die nervt dich so Big Ah Und du auch noch Wollen wir mal zur Weile Schreiben hier spüren Boah Oh Gott, ich bin einfach mit rein in Gefahr Hopp Da hast du was Ja, oh Wow Na Der will jetzt sterben Ich muss nachladen Oh Fuck Oh Gott Nachladen Komm Oh Gott Habe ich schon wieder was richtiges ausgesucht hier? Oh Gott Hier Möp das Peace Oh Oh Gott Ich muss doch hier weg Habe ich ja nur eine Pistole Und was ist das? Ach, ein Schlagstock oder was? Oh Gott Gott Die hier nachladen Oh, wie weit komme ich denn noch hier rein? Oh Gott Oh 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 man Oh man Oh man Zieht das was ab, wenn ich hier erschieße oder so? Okay Was sehe ich da? Ich sehe da hinten Feuer Wird das was dazu bedeuten? Oh man Ich hoffe, das ist keine Copyright geschützte Musik Okay Ist hier was drin? Oh 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 Ja, jetzt kriegt er was hier ab Haha Kommt her, ihr Schweine Ach Könnte Oh Nein Nein Das ist doch so unfair Wie lange habe ich da überlebt, ey Ach so eine Kacke, ey Na komm, jetzt mach hinne hier nochmal, komm, spinns nochmal Diesmal kriegen sie mich nicht Oh, ich hatte gerade meine Maschinengewehr getroffen Ach schossen, nein, er muss mich ja schlagen und schon bin ich tot, wa Ich werde mir mal Die hier, die geht rein Oh, die hat eine Oh, 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 hey Ihr Cheater Jetzt auf hier zu cheaten, ihr Schweiner Na, wo seid ihr? Ach lan Oh Oh Die gefällt mir, die Animation Die hier Vollautomatisch einstellen Oh 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 Okay Na, wo bleibt ihr denn schön, hä? Wollt ihr nicht sterben, oder was? Oder seid ihr Eigentlich seid ihr schon längst tot So Also ich finde es ein bisschen unmöglich, dass Zombies allgemein tot sind Und da muss man die extra noch töten, damit sie auch wirklich tot sind So, die Logik ist so So scheiße, ey Okay, hier Wow Oh, Mann Was ist denn das für eine Scheiße nochmal hier? Die haben mich doch nicht mal getroffen, ey Was ist denn das für eine Logik? Ach so, ein Kackdreck, ey Die haben mich doch nicht getroffen Spiel, du verraschst mich So, jetzt spielen wir nochmal Ach du Scheißspiel, du sollst mir dich verarschen Die haben mich nicht getroffen Hat man auch gesehen Ihr habt's gesehen Ihr habt's auch so selber gesehen, dass die mich nicht getroffen haben Ganz einfach So Jetzt hätte ich diese Animation nicht gemacht, ey Oh Kommt mir nicht so nach Oh Oh Wieso musst du denn so lange laden? Bist du bescheuert? Ach Das sind nur Zombies Ich laden Ich muss nicht denken Ich muss einfach nur spielen Kannst du mal bitte jetzt schon ein Game machen Ich möchte jetzt richtig überleben Und nicht einfach irgendwelche Scheiß-Logic Was Normal Ist doch Das hat man auch gesehen Ich stand Um auf diesen komischen Teil Da haben wir mal zwei Meter entfernt von diesen Zombies Und dann treffen die mich noch aus dieser Entfernung Was ist denn das für ein Scheiß? Haben die mich angekorts angespuckt oder was soll die Scheiße? Ach, die haben mich nur angehaut Und jetzt war ich so ein Zombie Die haben mich ansteckt Die haben mich angeräumt, die Schweine Na gut So So, wir gehen jetzt einfach mal Wir rennen jetzt einfach mal zum Haus Wir nehmen mal die MP5 Und wir rennen mal zum Haus Ich will jetzt auch nicht den MG-Schutz haben Geht mir weg Ah Bloß weg hier Ich möchte zum Haus So Geh weg Oh, falsche Richtung Da müssen wir lang Ja, Granaten Hier, frisst Granaten Wo ist das Haus? Da hinten ist das Haus Ich seh's Okay Ey, wir müssen das Scheißding jetzt unbedingt überleben Am nächsten will ich jetzt auch zu zweit oder zu viert spielen Aber ich kenne jetzt niemanden, der mit mir das spielen wird Ich kenne niemanden einen, aber Nein Er will lieber was anderes spielen Hm, ich rede von dir Ich sag den Namen nicht Das ist Färbung Und du musst mich dafür bezahlen Das weißt du Ah, was Die verarschen Okay Könnt, komm Na, wo seid ihr, Schwein? Oh, da hinten sitzt er Ich muss in Bewegung bleiben Ich stelle fest, dass ich einfach irgendwo stehen bleibe Hm, okay Okay, es geht hier noch weiter raus Oh, Bewegung bleiben Nicht einfach hinkriegen Bei mir, Granaten, Pistole Ja Und dahin sehe ich Feuer Da müssen wir hin Also hoffe ich mal Was wir da hingehen müssen Da kommen sie Zombie So Mal gucken, was da hinten gibt's Na Ja Nur ein einfaches Feuer Was hier steht Ja, ist da nicht so schlimm Ja Ey, das hat mich Ist da irgendwie ein Easter Egg Oder so Easter Egg Easter Egg Geh, 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 geh Uh Uh Ein Easter Egg gefunden Uh Was macht er denn? Uh 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 Haha Jetzt habt ihr keine Chance mehr, Schweine Ich hab irgendein Na ja, wenn ich treffen würde Dann Na ja, wenn ich treffen würde, dann Irgend so ein Laser Teil hier Irgend so ein Laser Teil hier Ja Wow Wir gehen jetzt zurück zum Haus Was? O'clock Well O'clock Okay Okay Geiles Teil Ist das also so wie Call of Duty? Nazi zombies oder was? So ZOMBIE Okay Bewegung klein Was? Oh Die Musik ist laut Ich kann Pause drücken Was steht denn drauf? AK215 Keine Ahnung Hä Binst du hinter mir oder irgendwas? Nee Aber wenn man Pause drückt, kann man in seine Kopf Na gut Wir wollen wieder zurückgehen Ich will da rauf Da kommt man aber nicht rauf, oder? ZOMBIE 12 O'clock 12 O'clock Okay Irgend dies Na Na Okay Nachlaunt Okay Ah Wart mal Wart mal Geht das? Ah scheiße Ich wollte rauf Oder Warte Ja Da kommt es ja wieder an Geschissen Die Schweine Stopp Ihr Schweine Wenn es ja auch Schweine sind Na So Ja Oh Das war bei Na Knapp Nyaung Hahaha Nyaung 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 Formel 1 Red Star Boah Mann man 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 Ich kann nur Einzelschuss Ist ja richtig kacke Dass ich nur Einzelschuss machen kann Ja Wieder nachladen Oh jetzt werden es immer viele Es werden 48 Zombies Was war Na Und du auch Du Ich gott noch 20 Schuss ey Uuuu Kann da rauf Nicht rauf oder Ne Scheiße Na Jetzt Fünf Schuss ey Nein Gut Boah Witzig Jetzt haben wir noch die Pistole ey Jetzt lädt er wieder so lange nach Woah Ist ja ein paar cool wenn du ihm Waffen nachlässt Oder was soll ich sein Woah Oh Doch so ein Kackdreck ey Ja Zombies haben gewonnen Ja dann würde ich mal sagen Das war's mit dieser Folge Und dann wollen wir beim nächsten Video Escape from Oman spielen Und ja dann wollen wir Jetzt einen Schnitt machen Und wir sehen uns beim nächsten Display mit Escape Escape from Oman Bis dann Tschüss Euer Cermusrat 355